Ja, er läuft, er läuft, er läuft. Ist gleich in der Falle? Er ist in der Falle. Äh... Wo hängst du denn bitte? Läuft bei dem? Marc, einer ist da, helft mir! Ja, ich komme, ich komme, ich komme. Geh weg, geh weg, geh weg, ich übernehme, ich übernehme. Ich bin fast down, ich bin, ich bin... Down. Äh... Medizin, Medizin! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Walde mit Marc. Hallo, du hast ein Bart. Bin ich kein Schwarzer? Ne, du bist ein Weißer und hast ein Bart. Äh, du bist eine Schwarze. Na, Glatze. Okay, ähm... Achso, Leute, letztens, eben gerade, oder gestern, ne, heute ist es... Vor ein paar Tagen, so. Vor ein paar Tagen ist die erste Folge bei Marc rausgekommen und, äh... Ich könnte mich schlapp lachen, wie blind hier sind. Echt, das geht gar nicht, Alter. Wir... In der vierten Minute hätten wir das sehen müssen. Da vorne ist der Cockpit. Der Cockpit ist da, ja. Der Cockpit. Ja, was war das? Wir haben ganz schön viele... Äh... Stöcker in unserer Base gerade gehabt. Die hab ich gerade alle mal hierhin gesaved. Ähm... Ja. Ja, gut. Wir bräuchten eventuell noch ein bisschen Steine, weil... Also Steinehalder, weil... Die sind alle full. Full bis oben hin sind die alle. Ich muss es essen. Dann eat du mal was. Und, äh... Und, äh, ja. Tadam. 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 Machen Musik an. Ähm... Kassette 1 hab ich noch nicht gehört, oder? Äh, ich weiß es nicht. Machen wir die an. Warte. Ich muss kurz kombinen. Kassette... 1 hast du gesagt. Okay, 3... Bist du bereit? Jo. 3, 2, 1. Ach, die ist das. Die kenne ich sogar. Also irgendwie wie AH. Der Anfang hat sich irgendwie wie AH. Ja, aber, ähm... Da stand doch irgendwie Store Energy, ne? Ja. Ey, das Energy geht trotzdem runter. Das Energie geht trotzdem runter. Bei mir geht's hoch. Ne, bei mir nicht. Wenn du bewegst... Geht's mit mir hoch. Du musst dich wieder bewegen, dann geht's runter, dann geht's wieder hoch. Bei mir ist es ja auch voll gegangen. Ne, also bei mir ist immer noch halb. TAY GONE ME! Geht's ja gut. Machen wir unser Feuer an hier. Hä, ist das ausgestellt? Arschloch. Das geht nicht an. Ich krieg's nicht an. Er hat mir das ausgestellt. Dum 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 dum. Oh Gott, meine Schwester singt das Lied jetzt. Er stellt's aus, sobald ich B drücke. B? Nee. Nee. Ich hab's. Du musst erst Q drücken, ne? Erst was aus Hand nehmen. Hi! Hi! Er wollet mal mehr Stockholder mehr? Was denkst du, dass ich das hier baue? Rockholder. Eingeborener? Nee, nee. Drei Lizard. Äh, zwei Lizard. Eins Nice. Ich hab alle. Also alle, beide. Okay, ähm, wo ist die Tür? Hallo? Ach, da. Lass mal kurz so einen Lizard machen. Nimm dich so einen Lizard draußen auf. Ja, ich mach einen Lizard in den Ofen. Mach den Lizard. In den Ofen vor allen Dingen. Okay, äh, du bist da oben. Läuft bei dir. Nimm mal, ich wollte da was. So. Ja, mach du. Ja, kann man hier so durchgehen, hat man mehr als, als würden wir einfach so eine Reihe bauen, so. Kann man hier so durchgehen und auf- und reinlegen. Warte mal, das wäre aber schlauer, wenn, oder das wäre, äh, wäre es besser, wenn hier Rock und da Stick wären? Oder alles Rock, weil... Wir haben doch richtig wenig Stick. Ja, darum, darum könnten wir ganz viele sammeln und dann da hier reinlegen. Nein, das ist egal, mach einfach alles Rock. Und sonst machen wir die Rockholder hier kaputt und machen die Sticks hin. Dann haben wir da hinten Rock und hier Sticks. Oh, hier können wir was anpflanzen. Mach ich mal. Take on me. Ja, ich weiß es. Weil der Mark einfach geil ist. Mach mal, äh, was ist das denn hier? Ach so, mach mal, äh, drück mal Kuh und rede. Hallo, mein Name ist... Fortune Games. Das hört sich so geil an. Ich möchte meinen Namen ändern. Ah, ich bin hier hoch. Das ist schief. Das ist einfach viel leiser. Und erstens ist das voll die Verzögerung und zweitens ist das einfach viel leiser. Wollen wir mal so nachher mal eine Folge machen? Können wir? Nein, das ist ja auch richtig schrecklich, versteht's doch fast gar nicht mehr. Ähm, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte irgendwas machen. Ähm, ach so, ich wollte... Alter, wir brauchen einfach 486 E. Darf ich die ersten hier schon machen, ja, ne? Ja. Ey, Mark! Jo. Ich stehe fest, ja! Hier, Mark, der ist die Caller. Äh. Äh, War Caller, meine ich. Was geht mit dem? Den loschen wir aber, oder? Oder ne, bauen wir den auf? Nein, nein, nein. Das ist aber nur scheiße aus. Reicht doch, oder? Ja, auf jeden Fall reicht. Das ist einfach eigentlich schon fast zu viel. Nee. Aber egal, Jolo, dann haben wir's, ne? Dann reißt wir die hier auch noch ab, gerade jetzt. Wir machen hier Sticks hin. Ja, okay, dann warte, bevor du hier abreißt, mach jetzt die ganzen Steine daraus. Die fallen da nicht raus, glaube ich. Kann man die dort abreißen? Wenn alle draußen sind, glaube ich schon. Öh, Mami! Alter, dein Ernst, blockier mich schon nicht. Geil, Nougat-Stitte. Hier haben wir die ganzen Sticks noch mit. Um hier ein paar mehr Dinger zu machen. Ich brauch nur wieder was zu essen. Hast du gar was gegessen? Ne, ich brauch wieder was zu essen. Oh Gott. Und ich brauch unbedingt Essen und Trinken und alles. Wie, was für ein Schlepp... Was ist das denn da? Ach, ich weiß wieso. Nice. Ich hab' alles zu essen draufgelegt, ich hab' einfach vergessen. Na, guck mal, wenn ich hier hinhau, kann ich auf unseren Dings was drauflegen. Ich hab' einfach vergessen, was ist. Ich konnte hier hinhauen, konnte drüber uns beim Dings lockers hinlegen, da. Ach, schulda, da ist ja auch noch was dran, ne? Ey, Max, hier ein Problem hier, ne? Das kann man nicht abreißen. Das kann man nicht abreißen? Nein, kann man nicht. Na, ist schon ein bisschen doof. Aber es ging doch mal, aber gut. Ich guck mal, ob man das vorhin noch abreißen kann. Der Stein hat ja genug. Ne, man soll nicht abreißen, weil da ist mein Essen drauf. Mach das gleich. Jetzt kann's abreißen. Ja, das geht noch. Brauchst du mal grad ein neues Lagerfeuer? Danke. Warte, ich probier grad das. Das geht echt nicht. Brauchst du grad ein neues Lagerfeuer, bitte? Ja, mach ich. B. So, und, äh. Ab schon. Naja, sieht scheiße aus. Ey, mal gucken, guck dir mein Lagerfeuer an. Oh Gott, nice. Gut, du machst es lieber. Du kannst es besser. Oh Gott, ist das ernst? Alter, mach ich es halt. Mann, ey. Da. Zwei Steine. Warte, bleib mal kurz stehen. Ich möchte mal kurz ein Stein auf dich werfen. Genau da. Ich möchte hier werfen. Ja, voll daneben geworfen, nice. Schönes Ding. Was machen wir hier? Ähm. Ich. Außer die große Steinumsiedlung. Steinumsiedlung. Wir könnten so, äh, Schränkchen bauen. Schränkchen. Ich glaube, es ist aber scheiße, weil da nicht so viel reinpasst. Ich hab noch. Es leckt, es leckt, es leckt. Ja, hat wirklich geleckt. Lass da ja wieder. Ja. Ich brauche Sticks. Haben wir Sticks zufälligerweise. Nein. Ähm, hier. Noch vier Sticks brauchen wir. Ich geh mal raus und so. Alter, ich will raus. Oder mal, wollen wir es wegspringen? Was wegspringen? Ne, dann geht die Mauer noch kaputt. Lass das mal. Ah, wegspringen ist doch geil. No risk, no fun, oder was? Richtig. Hä, das mache ich. Okay. Okay, ähm, ich hab einen Stick gefunden. Hier sind noch zwei Sticks. Boah, was ist das denn da hinten? Ach, das ist... Hier sind noch ein paar Sticks. Ich hab jetzt neun Sticks dabei. Das sollte wohl... Müssen wir mal aufpassen, was wir tun, ne? Ach du Scheiße, hier sind ganz viele Sticks. Kommst du zu mir? Also was mag ich... Wieso machen wir das eigentlich so zu kompliziert? Wir können auch Sticks drauf und unsere Lockhole legen, oder? Ne, die können wir ja nicht reintragen. Die passen da nicht rein. Ja, trotzdem müssen wir ja nicht immer so weit hin und... ...herlaufen. Ich komm jetzt mit nem Stick holen, oder? Bist du? Hier hinten drin. Wo gab's ganz viele Sticks? Warte. Ich hoffe, die liegen da noch, ja genau weit links. Eh, ich komm hier nicht wieder raus, so. Hier, eingeparkt. Aber hier sind die, hab ich jetzt eigentlich schon fast alle. Wow, hier lagen drei. Das waren etwas mehr, aber egal. Wo sind die jetzt noch? Eingeborene... ...ä... ...Gebilde. FNGs, FNGs. Genau. Hier ist schon wieder eins, den ich nicht aufsammeln kann. Oh Gott. Hi. Ähm, ich bräuch mal wieder ein bisschen Lizards. So. Aber keiner von diesen Eingeborenen geht bei uns in die Falle. Ja, das... ...das... ...stimmt. Ups. Das ist schade. Alter. Äh, die machen wir fertig und die sind schon fast wieder voll, ey. Wo ist denn, äh, Sticks brauchen wir. Sechs Stück noch. Bei mir ist immer noch nacht, ne? Ja, bei mir auch. Also ich meine, da jetzt, äh, immer Zimmer. Hä? Ja, ich bin gerade aufgestanden. Läuft bei dich. Wie los ist es eigentlich? 12 Uhr 8. Okay, ich hab zwei Sticks, ähm, hier sind noch welche. Aber doch nicht. Was ist ein... Oh, Lizard. Komm her. Das ist schon wieder was essen. Hier ist man's. Ich höre gerade. Erstmal ein Fisch. Heiligweise. Du isst ein Fisch? Ja. Ich esse dich, Marc. Du bist ein Fisch. Ich höre Eingeborene. Ja, Marc, ich hab letztens in Counter-Strike, äh, 24 Stunden Band bekommen. Läuft bei dich. Hast du das nur gemacht? Das ist normal, äh, wegen, wenn noch keines Kill-Rupper hat, also keine Wank, dann, äh, es ist gegen Smurfer. Das ist voll normal, ja, 24 Stunden Band. Ja, das ist der gegen Smurfer. Man muss mindestens fünf Tage spielen, um, äh, links zu werden. Um in Gang zu bekommen. Okay, das heißt... Also, wenn man daran hat, kann man, äh, so lange spielen, wie man möchte. So, jetzt muss ich hier die Teile mal da rein, wieder alle reinlegen. So. Äh, ich brauche, muss was trinken, alles klar. Haben wir hier trinken drin? Schon? Nein. Alles klar. Kannst du mal regnen. Alter, der Mond sieht so geil aus. Alter, sieht so einfach nice aus. Na gut, ich setz mich mal zu dich. Also, so langsam fang ich an, dieses Spiel zu lieben. Ja, es ist schon nicht schlecht, das Wasser. Nein, das Spiel. Das Wasser. Marc, ist was bei dir in den Dingern drin? Nein. Wow, nicht drauf an Hilfe. Okay, dann auf zum See. Ist da jemand? Nein, nein, ich hab nur gerade noch nie. Die, äh, Blätter zerhauen. Ja, ich hab mir den Kochtopf schlamm. Schlamm, schlamm vor allem. Schlamm, was willst du? Schlagen. Aber ich hab mir den Kochtopf kaum gemacht. Ach, ich hab schon wieder mit dem Kochtopf. Ich wollte das wieder so essen. So essen. Äh, also trinken. Hä, ich hör doch hier irgendwas. Ein Wasser kocht. Ach du Scheiße, ist das. Horror. Was ist denn? Ich geh grad den Schrein entgegen. Soll ich mal speichern? Kannst du machen. Oder erst am Ende der Folge, lieber. Alter. Warte mal kurz. Kommst du? Ich will hier, glaub ich, nicht ganz alleine rein. So, meinst du? Aus Hilfe? Nein, 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 nein. Alter, hab ich mich. Erschreckt. Okay, nein, nein, ist alles, alles easy. Der war nur einer. Oh, ich bin sofort. Was, warte mal, warte mal. Sofort zurückgerannt. Hä, wie ist denn das da reingekommen? Was? Das hier. Keine Ahnung, das spawnt ihr einfach. Marc, sobald du auch einen Kopftopf, Kopftopf, Kochtopf, ist er weg. Echt? Ja, ich hab meinen nicht mehr. Oder hast du ihn einfach nicht wieder aufgesammelt? Nein! Ich geb's auf, ich hab's geschlagen, tut mir leid. Hast du hier kaputt geschlagen? Machst du grad neu? Jo. Kleinen Momento, ich möchte einmal kurz noch wieder alle Stecker hier lagern. Hä, was ist das denn hier? Ist das kein Stickholder? Oder hab ich keine Sticks mehr? Ah, ich hab keine Sticks mehr, alles klar. Mark, vier Sticks bauen wir. Äh, ich komm mal nicht mehr raus. Ja. Ich glaube, Rocks haben wir erstmal genug. So. Da hinten laufen wieder welche. Ja, die hab ich gesehen, da komm ich hier. Alter, die sind alle unsichtbar, was ist das? Achso, jetzt sind sie da. Hallo, Mann. Was geht mit dir ab? Ja, was machen die da? Äh, wie kann man nochmal Speed updaten? Federn. Federn. Ob, jetzt hab ich einen Bogen darin gelegt, nein, das will ich nicht. Ah, ich hab gar keine Falle. Äh, Federn mit diesen, was heißt das? Tricep. Federn mit Tricep. Da muss auch mal ein Combined stehen. Combined, ja, 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 ich hab's, ich hab's. Oh, jetzt hab ich. Wow, die Störner Tür. Na, die war's kaputt. Was, 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 was? Was geht mit denen ab? Du Scheiße. Ach, du Scheiße. Hast du, hast du Pfeile? Ich brauch, ich bekomme immer da welche. Sie haben schon Pfeile, das war's. Ich weiß, warum wir gerade eben nichts an, an, Eingeborenen hatten. Die haben sich alle versammelt, die, Alter. Was ist denn hier los? Lock die einfach mal in die Falle, weil dann haben wir schon mal ein weniger. Oder, oder soll ich kurz durchlatschen? Ja, komm, 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 du bist doch fast in der Falle gelatscht. Ja, 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 komm, du bist doch fast in der Falle. Wie mach ich den Brandpfeile? Ich weiß es immer nicht, wir haben den nicht nachgerungen, ne? Ja, er läuft, er läuft, er läuft, ist gleich in der Falle? Er ist in der Falle. Äh. Wo hängst du denn bitte? Läuft bei dem? Ich guck mal im Buch nach, wie man Brandpfeile macht. Man kann Notizen machen. Ja, geht das? Keine Ahnung. Nein, ich hab einen einmal angehittet, Alter, Alter, jetzt ist er aggressiv. Ach du Scheiße, ich bin fast down, ich bin fast down. Wo, wo bist du? Bei unserer zweiten Tür, die ist gleich kaputt. Alter, was geht jetzt hier ab? Pass auf. Alter, die ist gleich down, wie viele Füße habe ich noch? Wie viel Typ selbst? Ich hab nur noch 15 Typ selbst, hör auf, hör auf, hör auf. Der Typ ist hier drin. Ich hab nur noch 15, ich hab nur noch 10 oder so. Ich habe keine mehr, ich bin alle. Marc, auf, unser Turm drauf, unser Turm drauf. Der Turm ist auch fast kaputt, Marc. Marc, wie viel hast du noch, wie viel hast du noch? Ich habe noch genau 6. Dann reparier uns den Turm hier oben, der ist auch kaputt. Der Turm ist kaputt. Der Turm ist nicht kaputt. Echt nicht? Wir wollen dir nicht auf das Grund sein, er zeigt. Pass auf, Marc. Ich glaube, da geht was anderes drauf, als ich glaube, was eigentlich drauf gehen soll. Aber ich büße es einfach mal. Hä, was willst du machen? Ach du Scheiße. Nein. 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 Warte, 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 nein, nein, nein. Äh. Komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Alter, was hast du gemacht? Da hinten ist einer, oder, warte, 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 warte. Wenn der, wenn mehrere auf einem Fleck stehen. Einer ist hier drin. Du musst da oben bleiben. Ja, ich glaube, wir sind auch hier oben. Ich bin halbtotig, ich brauche was zu essen und ich brauche was zu trinken. Hab ich was zu trinken? Ja, was zu trinken, habe ich dabei. Was zu essen? Auch in Sneakers. Okay, soll ich drauf gehen? Auf drei gehen wir auf den einen, der drin ist, okay? Ich bin aber hier oben drauf. Ich kann nicht treffen mit meinem Bogen, Alter, das gibt's doch nicht. Der ist gerade alles noch gelenkt. Wo, 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 wo ist der denn, der drin ist? Der ist hier, beim, siehst du den hier nicht? Alter, warte mal. Wow, was hast du gemacht? Hilfe. Es sind zwei drin. Ich versuche ihn anzuzünden, aber es geht nicht. Lebst du noch? Ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Den einen habe ich. Den einen, der... Der einen ist down, der einen ist down. Zünd dich an, Alter. Er brennt. Er brennt. Ja? Lass ihn in den Büro. Hat der mich gerade erschreckt, einfach. Der muss einfach, der muss aber stellen. Ja gut, der ist down. Nein! Was ist? Ist das, ist das Ding gerade fast kaputt? Das Ding ist fast kaputt. Ich komm. Er brennt, er brennt, er brennt. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alter, wie viele sind noch da? Habe ich noch T-Sets? Ich habe keinen T-Sets mehr. Einer ist da. Mark, hier fest. Ich bugge. Einer ist noch da. Warte. Ich habe... Ich habe... Mark, einer ist da, helft mir. Ja, ich komme. Ich habe nur einen Stock. Ich habe nur einen Stock. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich übernehme, ich übernehme. Ich bin fast down. Ich bin... Ich bin... Down. Äh, Mark, Medizin, Medizin, Medizin. Ich ergebe mich dir gerade. Ja. Alter. Ich bin noch. Hau drauf, hau drauf, hau drauf mit dem Ziehen. Er zieht's los. Ich gehe wieder rein, ich habe... Es ist keiner mehr da. Er hat mir das überlebt. WTF. Mark, wir haben noch einen Opfer hier. Was ist bitteschön gerade passiert? Richtig Action, Action, warte ich. Mark, kommst du her? Die kommen... Die kommen noch durch die Tür, ne? Das weißt du. Wow, der ist gar nicht der Falle gewesen. Der ist gar nicht der Falle, Mark. Der ist... So, so halb. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Der war gar nicht der Falle. Ich kriege... Ich kann den nicht schlagen. Der ist... Keine Ahnung. Schlag du, ich kann den nicht schlagen, du. Ich schläge sie einfach durch, seinen Genitalbereich. Was ist los mit dir? Und er stirbt einfach. Alter, Junge, da läuft halt. Da kommen leuchten da. Wo? Da hinten leuchten leuchten da. Da, bei uns an der Tür. Ihr wolltet gerade sein. Du kommst ran! Tine Wittler, ich kann nicht mehr laufen. Ich kann gar nichts mehr. Ist der drin? Der ist auch so, der ist hinter mir. Warte, warte, geh weg, geh weg, weg. Ich rüstere einmal die andere Achse aus, weil die ist schneller. Es leckt. Er ist einfach ins Feuer reingelaufen. Brennt er? Nein, du nicht. Nein, nein, du nicht ganz. Stipp, 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 stipp. Ich... Hol T-Saps. Hol T-Saps. Ich bin noch... Nein, ja, du hast einen sehr gut, sehr gut, sehr gut. Einen Angriff von hoch. Äh, T-Saps, wir brauchen unbedingt T-Saps. Ja, wollen wir fällen, los. Ich hätte nie gedacht, du hast T-Saps so. Oh, ich hab' den Kopf, ich hab' den Kopf, ich hab' den Gott. Ich bin, äh, Dings. Ich brauch' T-Saps, T-Saps, bitte, bitte, bitte. Ja, ich hab' einen T-Saps, ich hab' zwei, ich hab' vier. Ein Baum fällt. Ich hab' sechs, ich hab' sieben. Ich hab' ein T-Saps. Der Baum fällt, ich weiß nicht, wohin, aber weg von uns, sehr gut. Schon die Baum hätte ich auch gleich mitnehmen können, ne? Seid, ich lasse einfach da liegen. Ah, wahrscheinlich, das soll ein Twiggy Dings werden. Ich reparier' erst mal kurz einmal unsere Sachen, hier, alles, was kaputt ist. Also, ich geh' immer kurz rum, hier. Sturm kommt, hörst du das? Ja, ich hör' das. Muss ich hinsetzen, tut mir leid. Ach, was für eine Nacht, bitte. Wie viele habe ich noch? Ich hab' noch einen. Äh, hier ist, hinten ist noch einer. Den kann ich aber nicht reparieren. Den kann ich aber nicht reparieren. Hier ist auch noch einer. Alter, hier ist... Guck dir die Tür vor, beim Lagerfeuer! Oh, ich dachte, der lebt, alter. Wieso ist der da jetzt so? What the fuck? Den behalten wir, den behalten wir, den behalten wir, den behalten wir. Ich, wir brauchen unbedingt noch, äh, äh, Ticeps, bevor die Eingeborenen wiederkommen. Das ist ein Lurch. Auch gut. Durch, durch ist auch gut. War ein Lurch. Das steht wieder. Hab'n Lurch. Alter, das war so knapp, ne? Ich bin tot. Was war das für eine Nacht, bitte? Tot und du sofort Medizin, daher, Alter, das war sehr, sehr gut. Ich hab' drei Lurch. Drei Lurch. Lurch. Okay. Nö, ich... Vergiss es. Ähm... Das wird die Eingeborenen hier weg. Komm, ich lege euch übereinander. Vielleicht, weil die, äh... Oh, was hast du? Ja, das war ich. Äh, vielleicht eventuell, weil wir in deren Höhle waren und die jetzt irgendwie... Ah, wieso denn so viele? Ich hab' keine Ahnung, ich zünde mal kurz das Feuerzeug an, ne? Marki muss auch noch repariert werden. Ich finde, ich zünde das Feuerzeug an, ja. Marki muss auch noch repariert werden. Ja, ich muss kurz einmal meine. Hast du noch was, Ola? Nein, ich hab' nichts mehr. Nein, ich hab' nichts mehr. Was ist denn nur los, hier? Hier ist repariert, hier ist alles repariert, hier ist repariert. Ey, mag ich wieder so geil mit unserem Typen, der da im Feuer sitzt. Das einmal reparieren. Guck dir das noch mal an. Ich glaube, das ist jetzt alles repariert, ich glaube, wir haben wieder safe hier. Ne, hier, 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 hier. Ne, das hab' ich, das hab' ich gerade, oder? So gut, okay. Ey, Mark, diese Nacht, ich will nie wieder so die Nacht haben, bitte. Oh, hier, ne, hier noch nicht. Oh, ich hab' auch keine Treceps mehr. Also, Mario, nix. Da kommen noch mal drei, da kommen noch mal drei noch. Da kommen noch mal drei, da kommen noch mal drei noch. Vier Stück gehen da weg von uns. Komm mal hoch. Da. Vier Stück gehen da weg. Ich seh' die grad' gar nicht, aber egal. Was ist denn hier los? Bei den beiden, beim Tee, beim Tee, bei dem Tee, äh. Ja, da kann es sehen. Aber man mag ganz gerade aus, beim letzten Stein, den du hier siehst, vom Hügel. Ganz klar vom Hügel sind vier Eingeborene. Oh, komm, 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 siehst du die, siehst du die? Ne? Ich kann nicht rennen, ich kann gar nicht mehr rennen. Ich sheet's vor den. Komm schon, 3 Mark, bevor die uns dich sehen. Ja, ich bin drin, ich brauche nur was zu essen, Juni, oDONG Ich hab' wieder das Essen vergessen hier. Dann muss ich kurz mal was. Das ist... Äh, einer ist ein Feuer, ne? Einer ist ein Feuer. Wer ist bei uns? Ja, ja, bei uns. Wie? Ach du Scheiße. Wie hast du mit denen bekommen? Das waren auch noch mal drei. Wieso? Was ist denn hier los? Alter. Und vor allem ist Tag, ne? Wenn ein Tag ist, darf das eigentlich nicht passieren. Alter Schwede, was ist denn hier los? Wir sollten vielleicht mal... Sorry, bis in die Folgebänden oder kurz erwarten? Komm, wir speichern und bänden die Folge. Er ist zwischen halben Stunden. Ja, darum. Ich esse mal, ich esse kurz noch was. Guck mal, die Typen, das sieht so geil aus. Ich esse kurz noch was, warte. Weil wir mal jetzt, wie schon mal ist das Kultschutz? Mit F6, glaube ich. F6. F6. Ne, F5. Ne, F8. Ich glaube, F12, ich kann gerade kein Screenshot machen. F7. Vorher mal F7. Ne. 4, auch nicht 3, ne. 2, 1, ne. Ne, geht alles nicht. F12. Es ist... F12. Kannst du so vom Screenshot machen gerade? Ja. Geh da hin. Aber nochmal, ich... Ich... Stell dich nochmal da hin. Ne, ich hab's ja jetzt. Ich sitze die ganze Zeit davor, kann ich gleich einfach in der Aufnahme machen. Na, stimmt. Also... Ja, gut. So, Leute, vielen Dank, wirst du schon, ne? Ich speichere kurz, warte. Willst du machen? Ja, klar, Moment, einmal speichern. Okay. Ich speichere jetzt auch noch gerade. Ich hab gespeichert. Dann gehen wir... Da laufen vier Eingeborene. Lass uns raus. Alter, raus. Lass uns raus. Exit to Main. Alter, okay, Leute. Also, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Alter, was war das für eine Folge, Alter? Boah. Bäh. Okay. Das heißt dann, wenn euch die Folge fallen, dann lass doch ein Like da und schau doch mal bei Timo vorbei. Wir sind in der vierten Nacht und Junge. Naja. Bis zur nächsten Folge. Haut rein und... Wie viel Tag war das jetzt? Neunte Folge, weiß ich nicht. Welcher Tag? What the fuck? Okay, das heißt, bis zur nächsten Folge. Haut rein und... Ciao, ciao.